Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam weiter wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit der Engel des Glaubens ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er wird dir die Fähigkeit schenken, an das Gute zu glauben und optimistisch zu bleiben. Glauben steht in enger Verbindung mit Hoffen und wenn du die Hoffnung nicht aufgibst, wird dir im Leben viel Gutes passieren. Ja, das ist etwas, wo jetzt viele von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, Hoffen allein macht auch nicht glücklich. Stimmt auch, aber es geht ja nicht um das Hoffen, es geht um den Glauben, um das Glauben an dich selbst. Und dieses Glauben an dich selbst wird heute sehr prägnant da sein und dir auch aufzeigen, welche Last aus deinem Leben endlich gelöst werden sollte und was dein Emotionsfeld wirklich beständig glücklich macht und auch dein Leben aufblühen lässt. Ja, wir haben hier die Verarbeitung der Kindheit ganz, ganz groß im Löseprozess und wir haben hier das Willkommenheißen von neuen Verbindungen. Neue Verbindungen heißt jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft oder Liebe, sondern es geht hier auch um Familie, es geht hier auch um Arbeit, es geht auch um das Thema Freundschaft. Du wirst einfach Menschen in dein Leben ziehen, die dir wirklich weiterhelfen können, weiterhelfen mit diesem Thema umzugehen, nämlich sich selbst wieder sehen können, wenn es außen es schon nicht kann. Sich selbst auch einschätzen können, wenn es außen das nicht kann und sich selbst auch mal den besten Ratschlag geben zu können, wenn es außen schon immer nur festgefahren ist. Das ist sehr, sehr wichtig und da beginnst du dann auch wieder an dich zu glauben und dir selbst die Perfektion zuzusprechen. Diese Perfektion in deinem Seelengespräch zu dir selbst. Hier liegt nämlich die Beendigung der dauerhaften Arbeitstrauer, was natürlich sehr aufs innere Kind zurückzuführen ist. Da bist du aber heute in einem guten Prozess und wirst deine Blüten endlich mal wieder erkennen dürfen. Engel des Seins, atme tief durch. Für den Moment ist deine Existenz genug. Und das ist schön, oder? Das passt sehr gut. Dir selbst zu sagen, du bist genug. Du musst gar nichts verändern. Du bist super, wie du bist. Du bist einfach wundervoll. Das sage ich nicht nur so. Ich weiß, dass es so ist, sonst wärst du jetzt nicht hier bei diesem Video und würdest diese Botschaft lesen oder auch hören von mir. Es geht nämlich darum, welche schicksalhafte Wendung nimmst du jetzt an. Gehst du in die Wiederholung zum inneren Kindthema oder gehst du zur Erfüllung deiner Träume? Hier geht es auch um deine Verwirklichung in deinem Beruf. Hier geht es auch um die Verwirklichung in der Partnerschaft. Hier geht es aber auch um die Heilung im inneren Kind. Du bist existent, aber gerade heute kannst du dich vielleicht entscheiden, was zu ändern, aber du bist genug, so wie du bist. Du bist existent und du bist einzigartig. Das ist genau das, was dich auch glücklich machen werden lässt. Du bist eine Person, die unik ist. Sie ist einfach einzigartig. Nicht so wie alle, die den gleichen Filter benutzen. Du bist einzigartig. Und das kommt heute in dein tiefes Seelenverständnis, in deine tiefe emotionale Ebene und wird dort auch gespeichert. Und deswegen beginnt auch der Glaube an dich selbst in großen Schritten zu wachsen. Du hast es verdient, glaub mir. Der Engel der Entscheidung, eben noch von gesprochen, Holla, die Waldfee. Das ist übrigens die einzige Fee oder Waldfee, dessen Namen man kennt, die Holla. Der Engel der Entscheidung ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er hilft dir, deine klaren und richtigen Seelenentscheidungen zu treffen. Sei dir bewusst, dass du selbst immer die Wahl hast und deine Lebensqualität selbst beeinflussen kannst. Der Engel der Entscheidung hilft dir dabei, zu dir selbst zu stehen. Also nochmal ein Indiz dafür, dass es heute um dich und deine Veränderung geht. Die Entscheidung, die du treffen willst, wird mit dem inneren Kind zusammenhängen, hundertprozentig. Sie wird auch mit deinem Fortschritt zusammenhängen und sie wird mit deiner Fülle zusammenhängen. Also drei Faktoren, die man gerne in seinem Leben hat oder gelöst hat. Und genau das wirst du heute auch erreichen, weil der Engel der Entscheidung, der sagt dir nicht, was richtig und falsch ist, sondern er lässt dich dein Gefühl zu etwas wirklich spüren. Und dass du manches, was du vielleicht als Druck, Manipulation oder vielleicht sogar als Schaulustigkeit angesehen hast, eigentlich relativ gut war und Dinge, die du gut fandest, vielleicht jetzt nicht mehr gut findest. Ja, also das ist schön, wie man den Seelenprozess heute auch schon im Faktor deiner Entscheidungen gespiegelt sehen kann. Und hier fällt dann eine ganz, ganz große Last von dir, weil du ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr alleine bist, sondern hier jemanden an deine Seite bekommst für dein emotionales Feld. Auch hier kann ein Freund sein, kann ein Partner sein, kann jemand aus der Familie sein oder auch ein Coach wie ich und viele andere da draußen. Der Engel der positiven Gedanken. Glaube unentwegt an das Gute, dann kommt es zu dir. Manifestier es dir also, so gesehen. Aber manifestieren ist gar nicht so einfach, wie jeder sagt. Manifestieren hat sehr viel mit Glauben zu tun. Schön, der Engel der Glaube, der Engel des Glaubens, ja, und die positiven Gedanken sind auf einmal wieder da. Wann hast du dich denn das letzte Mal so wertgeschätzt gefühlt, wie jetzt in den letzten sieben Minuten zum Beispiel? Oder wann hat dein Herz sich mal wieder so geöffnet, dass du diese Worte auch annehmen konntest? Der Engel der positiven Gedanken ist heute bei dir, weil du für dich selbst entschieden hast, Stopp mit Jammern, es ist auch jetzt Schluss mit dem dauernden tristen Dasein. Ich möchte jetzt auch mal wieder Veränderung und Positivität in meinem Leben haben. Und diese Positivität kommt ungeformt zu dir. Und das Schöne daran ist, du darfst sie formen. Und daher eine ganz, ganz große, genau, Verbundenheit zu dir selbst aufbauen. Das ist nämlich dein Sein. Postwendend der Engel der Dankbarkeit, der an deiner Seite ist, wo auch immer du bist. Er ermöglicht dir, dankbar zu sein für alles, was dir in deinem Leben passieren durfte. Dankbar zu sein für alle Erfahrungen, die du gemacht hast. Gleichzeitig wirst du erkennen, dass nichts dem Zufall überlassen, sondern von himmlischen Kräften liebevoll gelenkt wird. Auch hier, es ist so, wie es ist. Du bist genau richtig, wo du gerade bist. Und Entscheidungen, die du triffst, sind richtig. Auch hier, dass du mein Video gerade siehst, ist der richtige Weg für dich, der richtige Wegweiser. Und das zeigt natürlich, dass du heute diese Dankbarkeit in jedem positiven Aspekt deines Lebens, diese Dankbarkeit mal zeigen darfst. Also, wenn du noch nicht unter meine Videos kommentiert hast bisher, schreib heute einfach mal Danke drunter. Wenn du sagst, du möchtest was in deinem Leben verändern, dann sag es und sag, hey, danke, dass ich was verändern darf. Du sollst dir selbst einfach den Zuspruch schenken. Und deine Dankbarkeit bringt natürlich in die Tatkraft deine Fülle und deine Attraktivität zurück. Ha, der Engel der Fülle. Es ist ein geiler Tag. Eine neue Quelle öffnet sich dir. Und diese neue Quelle ist deine Selbstliebe, aber auch deine Berufung und zudem auch noch dein Über-Ich. Du hast heute eine sehr, sehr hohe Verbundenheit mit deinem Sein, weil der Engel der Fülle dir auch aufzeigt, was für dich eben gut ist. Hier bei den Entscheidungen wirst du deswegen auch nur für dich positiv lenken können. Und du siehst, egal in welche Richtung du gehst, am Ende des Tages liegt die Fülle in jedem Bereich. Im Loslassbereich, im Verbundenheitsbereich, im Schicksalsbereich, auch im Glücksveränderungsbereich, aber auch in der Tatkraft der Emotion mit dem inneren Kind. Und genau das sind deine Themen heute. Die wirst du schaffen. Ich glaube an dich. Vielen Dank, dass du da warst.